Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play The Walking Dead Ja, Kenny ist ganz schön fertig, sein Sohn Buck hängt draußen Wir sind immer noch hier in dem Zug und probieren das Ding ans Laufen zu kriegen Haben glücklicherweise mittlerweile die Anleitung lesbar machen können So und ich weiß aber nicht, wie ich den Zug da entkuppeln kann Vielleicht muss ich den erstmal ans Laufen bringen, ist die Frage Oder ich hab wirklich einzig das verkehrte Werkzeug genommen Wir müssen wirklich den Schraubenschlüssel nehmen, das kann natürlich auch sein Das werde ich auf jeden Fall nachher noch probieren mit dem Schraubenschlüssel So, jetzt versuchen wir aber erstmal überhaupt den Zug wieder ins Laufen zu kriegen Denn damit müssen wir weg Lilly ist ja mit dem Wohnmobil abgehauen, nachdem sie Kalio getötet hat, auf dem Gewissen hat Ich hab mir diese Anleitung nochmal zur Gemüte geführt So und muss jetzt immer... Ah ne, ich will doch nicht rausgehen, hey Ach komm, ein bisschen frische Luft schnappen nochmal Hilft bei der Logik So und jetzt gucken wir uns das mal genauer an Müssen auf jeden Fall hier die Knöppe umhebeln So einmal hier nochmal die Anleitung genauer anschauen Konsole 6, da sehen wir es Das heißt, äh, die beiden nach unten, zwei nach oben, einer nach oben, äh Ja, das kriege ich doch noch hin So So und jetzt genau abgleiche mit der Anleitung Da gucken wir nochmal drauf, sorry Oh, na, das wollte ich doch gar nicht Heute verklige ich mich irgendwie Okay, hoffentlich passiert mir das nicht bei einer brenzligen Situation Bisher lief ja immer alles gut Okay, nach oben Der bleibt unten, der Gute Und den tun wir auch nach oben packen So Aha So Nein, das bringt glaube ich nicht viel So, da müssen wir auch nochmal kurz in die Anleitung reinschauen Alles klar, da müssen wir den linken einfach umdrehen Ja, das kriegen wir ja wohl hin So Super Da freut sich der Kenny, aber er hat nicht viel Grund zur Freude Denn wie schon angesprochen, sein Sohn Buck Wurde scheinbar gebissen Und wir wissen nicht, wie wir da reagieren sollen Wir können ja auch nicht den Jungen jetzt umbringen Das ist irgendwie schon krass Ob der jetzt sich zum Zombie verwandeln wird So, irgendwo war er ja hier im Motorraum Ich glaube, die erste Tür war es Da müsste dann der Rest sein, oder? Das sieht ganz gut aus Hier Okay, da schauen wir auch nochmal in die Anleitung eben Einmal nach da und einmal nach da Also erst Nach dort Und jetzt nochmal in die andere Richtung, bitte Yeah Aber Duck Hier sind wir Er wird sich wahrscheinlich noch nicht bewegen, der Zug Wir müssen ihn ja noch, oder? Können wir das vielleicht so abschütteln? It's all yours Aha Gut, aber vielleicht hat das irgendwas bewirkt, dass wir das jetzt wirklich vielleicht mit dem Schraubenschlüssel oder so beheben können Ich hoffe es natürlich, aber ich weiß es natürlich auch nicht genau Was mich auch wundert ist, dass wir immer noch nicht auf die Person getroffen sind, die ja angeblich hier dem Waggon gelebt hat und hier einfach mal eine Wasserflasche stehen gelassen hat Gut, aber uns soll es nicht stören So, und jetzt müssen wir das Ding hier entkuppeln Komm schon jetzt, bitte geh Ja Hammer Hey Kenny, we're loose Sehr gut Sehr, sehr gut Das lief sehr, sehr gut sogar Okay Ab rein da Ich habe die Karte mit der Route genommen Ich habe die Karte mit der Route Ich habe die Karte mit der Route Das ist gut, du kannst es haben Wirklich? Ja Ich habe sie alle hier, genau hier Ich denke, es ist kein Schmerz für woher Mein Name ist Chuck Charles, wenn du möchtest Lee Das ist die Karte außerhalb? Ja Und der Mann in der Karte? Him, auch I saw you walking through here And thought about scaring the pants off you What? But I couldn't force myself to do it You're still kinda freaking me out Train folk will do that I already met everyone outside They all warm to me right quick in direct sunlight Na, der Chuck scheint ein netter Kerl zu sein Chuck Norris? You met Chuck Yeah Yeah, I did It's so nice to meet someone normal for a change He gave us candy, Ben too Willkommen, was ist dein Ziel, man? Welcome Thank you You met Kenny? Sure did Man shares my love of the road That's for certain Oh, oh I'm awful sorry your son's not feeling good I appreciate your concern Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much Thank you, we'd like to do the same Why don't we hold off on... Stay with us We'd like the company Das halte ich auf einen guten Plan Der gute Chuck Reden wir nochmal mit Ben gerade Der Süßigkeiten bekommen hat Er scheint sich auf jeden Fall schon mit allen angefreundet zu haben Tja, um wie geht's Clementine Hey, sweet pea That candy Chuck gave you Tastes okay? It was really good No funny after taste? No He 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 Train's cool, huh? I guess It's scary kinda So, und dann reden wir mal hier, äh, reden wir mal mit, äh, dem guten Chuck Hey Chuck Honey Die Übersetzung ist echt manchmal komisch mit Rede mit Würf, warum das? Woher kommst du? Where are you from? You live around here? Georgia boy, you saw where I live Warum bist du alleine? Why are you alone? Why not? Seem to be doing all right Fine, then I'm sorry I do like being around y'all actually It's nice You caught us on a bad day Hmm You still got a couple of kids And this one's got a good spirit That's some kind of something I'll talk to you later Hope so Der gute, gute Chuck So, dann reden wir jetzt mal mit Katja, weil wir müssen ja echt tacheles reden Was machen wir mit Duck? Scheiße, man Tut mir leid mit dem Wohnmobil I'm sorry about the RV I'm worried We're really on our own out here now We're putting some time into this train Worse comes to worse Boxcar's safe enough to sleep in I better get back to it So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah Great We don't got much left So just gather whatever you have Let's go Hmm Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home That's a yes, then? I haven't find anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar Duck's sick Get on the train, Clementine He's getting sicker Let me look at him Ist der Zug wirklich eine gute Idee? Wir können weiter, wenn du möchtest Wir können das nicht ignorieren We can keep going if you want Damn right I won't That's what we're doing I think Lee just wants to talk it through It's talked through Get on, Kat I'll be up front I don't want to hear any nonsense until we get where we're going Wir müssen auf jeden Fall irgendwie uns bereit halten, falls Duck sich verwandelt Aber wir können es wohl auch keinem antun, den Sohn zu erschlagen Und das bringe ich auch nicht übers Herz Das kann ich wirklich niemandem antun Auch keinen virtuellen Spiel Dazu habe ich zu sehr ein Herz für virtuelle Menschen Und wir geben jetzt Gas Und das hoffentlich in Richtung Sicherheit Hoffentlich in Richtung Sicherheit Untertitelung in die ZDF, 2020 Was Lilly wohl mit dem Wohnmobil macht. Wir können nur hoffen, dass die Gleise noch alle in Ordnung sind. Sonst endet die Reise auch ziemlich schnell. Drei Kinder, die sich um die Kinder zu beobachten hat. Kein Zinspekt, Junge. Es gab mehr von uns. Der Vater kriegt sie? Nein. Nein. Ah, der Levin hat sie. Lee! Lee, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich, um die Hände zu holen. Würdest du das aus seinem Gesicht holen? Er beginnt sich zu verwandeln. Scheiße, Mann. Ist gar nicht gut. Oh mein Gott, was für eine schwere Entscheidung. Was für schwere Entscheidungen hier wieder auf uns zukommen überhaupt. Vielleicht heißt der Chuck mit Nachnamen Würf, weil er mir immer dieses Würf anzeigt. Weiß ich auch nicht warum. So, wir gehen mal schnell Kenny holen. Einer muss sich ja um Chuck kümmern. Im Duck natürlich, den Kleinen. Oh mein Gott, es wird eine harte Entscheidung sein, wenn er jetzt merkt, dass er sich verwandelt. Was er wohl kaum wahrhaben will. Oder wir müssen es tun. Komm schon, Kenny. Kenny. Blut deines Sohnes. Dein Sohn verwandelt sich. Du, deines Sohnes. Dein Sohn verwandelt sich. Du weißt, dass er sterbt. Niemand weiß was. Er wird gut. Er wird gut. Wach auf, verdammt. Tut mir leid. Stopp den Zug. Du verschließt die Augen vor der Wahrheit. Es geht nicht nur um Duck. Du denkst, dass du der Grund warst, warum Duck gebissen wurde. Du hast Herschels Sohn nicht umgebracht. Und jetzt geht es mit mir. Das ist nicht das, was geschah. Du schaust nach deinem Kind. Und ein schlechtes Ding hat bei jemand anderem passiert. Es ist keine Art, dass diese Welt mein Sohn leben lässt, wenn ich jemand anderem auf den Boden stehe. Das ist nicht die Art, dass es funktioniert. Du weißt das. Stopp den Zugang, Mann. Eine bittere Entscheidung. Und eine schwere Entscheidung. Ken, ich glaube, es ist Zeit. Brauchst du was? Wir sollten uns beeilen. Lasst euch Zeit. Take as long as you need. There ain't no time left to take. What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things. But what if, what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But... No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill? Or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Oh, fuck. Just who then? You want me too? You don't have to. I'll do it. No. You don't have to. Gotcha. Fuck. I can. I can do this. You can. You can. I love you, Ken. But... I'll do it. No. It should be a parent. No parent would have to do something like this. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and... Just let that be it. I don't know. Lee. You'd be doing this family a great service. Why don't we take him into the forest, so Clementine doesn't have to see. Yeah. Give us a moment to say goodbye. Of course. Oh, mein Gott, ist das bitter. Das Spiel ist einfach zu hart, ey. Die arme Clementine. Der arme Duck. Die armen Eltern. What's happening? Duck stirbt. Ich werde mich um Duck kümmern. I'm gonna take care of Duck. I thought he was going to die. Ich bring ihn um. Ich gehe sicher, dass es ihm gut geht. I'm gonna make sure he's okay. But how? He's bitten. I'm making sure he doesn't come back. Oh. Look, Clem. Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Ach du heilige. Was war da los? Was ist da passiert? Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. DINGles Fliegeuga DINGles Fliege oking DINGles Fliege